Moin Moin und jetzt kommt's zu Minecraft Lendergames mit dem Pein! Guten Tag! Und mir, dem ich siehe für eine neue Ausgabe der Minecraft Challenge-Serie. Ich wurde gekickt übrigens. Äh, ja! Folge Samstagsfolge. Ähm. Ja. Und du fängst mal an mit der Challenge. Alles klar. Meine Challenge ist von Kazimir Helling. Steve muss ein Item umbenennen und das muss über andere Spieler zu dir, VPNV, kommen. In der Zeit, da wir keinen Angriff starten. Ich wusste, dass die Challenge kommt. Ich wusste es. So, das heißt, du musst ein Item einfach umbenennen. Ja, ich weiß. Du kannst mir auch das Item selber geben, ne? Es geht nur darum, dass ein Item... Ja, ich weiß. So. Falls du sterben solltest, darfst du von mir aus jeden angreifen, den du möchtest. Okay, super. Meine Challenge für dich. Nach jedem Kill, beziehungsweise Port, musst du deine Hotbar, also deine Items in der Hotbar, ein, nach, also 1 Hot nach rechts bewegen. Also sprich, das Item, was du auf 1 hast, musst du auf 2 bewegen. Das, was du auf 2 hast, nach 3 und so weiter. Darf ich das dann wieder umändern? Und das nach jedem Kill und Port? Nö. Du musst das immer einem fortbewegen. Ähm, jetzt zum Beispiel, kann ich jetzt schon mein Schwert nach ganz rechts tun? Aber was ist, wenn ich zum Beispiel ein Item wechseln möchte mit einem anderen? Dann ist das egal. Ja, ja, dann ist das egal. Ja klar, du musst ja auch Tränke und so nutzen können. Aber ansonsten musst du halt immer einen nach rechts schieben und so weiter. Hast du natürlich verstanden. Also sprich, das Item, was auf 9 ist, muss dann auf 1. Und so weiter. Und dann kann ich die aber wieder zurück tun, oder was? Ja, nee. Du kannst die dann höchstens mit Items aus deinem Inventar austauschen. Das erlaub ich dir. Das soll ja auch schwierig sein, ne? Okay. Ich check's nicht, egal. Hä? Was checkst du daran nicht? Hä? Sonst kann ich doch die... Dann tu ich die wieder nach rechts. Aber wenn ich ein Item brauche, dann kann ich das aus dem Inventar aus der Hauptbahn wieder nach oben tun. Und dann wieder nach unten. Ja, wenn du das so meinst, dann mach das doch. Okay. Das ist mir doch Latte jetzt, Alter, wie du das machst. Hauptsache du schiebst das Item bei dem Kinn und Port ein nach rechts. Der Rest ist mir sowas von Wumpel. Was ich danach mache, ist egal. Das mach doch, was du mir lassen kannst. Ganz ehrlich. Heute bin ich da... Hier ist wieder so ein Buggy-Ritter, ey. Heute bin ich richtig unproblematisch. Ich brauche irgendwas XP-mäßiges. Ich hab gar nichts, ne? Ich hab überhaupt gar nichts. Ich hab nicht eine Kiste. Ich hab nicht ein bisschen Holz. Ich hab gar nichts. Ich starte von 0 am Anfang der Runde einfach mal. Da ist ne Kiste. Da ist sogar noch ne Kiste. Geil. Sterb mal bitte gleich, dann kann ich mich gleich direkt einkillen. Nö. Du kennst mich. Ist aber gemein. Ja, deswegen sag ich das ja. So. Ähm. Oh, hier ist schon das Ende der Welt. Ich bin so gut drauf heute. Bis ans Ende der Welt. Warum? Sei schlecht drauf, bitte. Ja, eigentlich müsste ich heute schlecht drauf sein, weil ich den ganzen Tag nur Stress habe und so weiter. Aber ich hab Urlaub. Also. Alles super. Meine Eltern sind im Urlaub. Ich hab momentan sturmfreie Bude. Kann essen und was ich möchte. Ich hab mir jetzt schon Bier eingek... äh, Malzbier natürlich eingekauft. Und ja. Jetzt kommen nur noch chillige Abende und so und lernen, ne? Also. Da ist das Problem. Oh Mann ey, ich brauch XP Flaschen. So nach jedem Kerl. Das ist so dumm. Jo, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also ich hab dieses Mal halt auch nicht die Challenge vorher durchgeguckt. Wahrscheinlich gibt es noch im Video eine bessere. Aber ich hab die jetzt einfach mal genommen. Einfach mal so, weil sie da war. Okay, ich wurde einmal getäuscht. Das heißt, ich muss... Ups. Und das einfach dahin. So, juckt mich relativ wenig. Ich habe übrigens kein Texturmpaket drin, weil meins gecrashed ist. Also komplett kaputt ist sogar. Ja, nice, Steve. Hä, wie geht das? Ja, keine Ahnung, das funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe es neu installiert. Und es ist so... Also, wenn ich die Rüstung angucke, sieht das aus, als würde ich eine Matrix gucken. Ja, nice. Ups. Hey, das ist auch ein Sonic. Es ist einfach auch ein Sonic. Das ist ja nice. Geil, ich hätte ihn jetzt killen können. Und das Problem ist, ich habe noch kein verzaubertes... ...Eitum. Was vor allem noch nicht zu dir gekommen ist. Oh nein, Mann. Ja, du musst halt richtig viel Eisen farmen, ne? So. Ist es ein Känguru? Ja. Yes. Sehr schön. Das auch. Wobei, nee, muss ich nicht. Ich kann... Ach doch, klar. Natürlich. Ach, scheiße. Ich habe ja nur 14 Eisen, das dauert ein bisschen. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiui. Ich glaube, du stirbst vorher. Ich könnte jetzt erst spekulieren und hoffen, dass du stirbst. Ja, natürlich kannst du das. Dass wir nicht zusammen ins Finale kommen. Das tue ich auf den Slot. Das kann ich ja, weil ich muss dich ja nicht bewegen. Ach das bist du? Ja, ja. Ich wurde getauscht, übrigens. Danke für die Info. Bitte, ich wollte erst... Moment, ich wurde auch getauscht. Hätte ich beinahe vergessen. Also ich werde jetzt mal spekulieren, dass du vor mir stirbst. Hoffst du, ne? Ja, weil ich kriege, glaube ich, nicht genug Eisen zusammen. Das heißt, ich mache mir da auch jetzt einfach Rüstung und gut ist. Aber gut, dann hoffen. Wenn wir im Finale sind, dann wäre das halt ziemlich lustig, ne? Ja. Wobei ich dann ja noch hoffen könnte, dass ich bis dahin genug Eisen gesammelt habe. Ja, musst einfach gucken, dass das passt. Oh. Bekommen hier einfach tons of damage, ne? So, dann hole ich mir eben nach vorne. Da will mich jemand killen, aber er weiß gar nicht, dass ich nichts habe. Wer soll man das noch wissen? Ja, der ist hier irgendwo. Superintelligenzer Zug von mir. Der war richtig dumm. Egal. Ach, da ist einer. Den kann ich nicht killen. Ah, Miefstief ist in der Nähe. Mann, Miefstief, was suchst du denn auch in der Nähe von mir? Ey, Penn. Was geht? Alles, was Beine hat. Ach, läuft bei dir. Hahaha, verstehst du? Läuft. Hashtag läuft bei dir. Hahaha. Oh, scheiße. Der kommt, der will mich. Ah, nice. Penn, sterb jetzt mal, bitte. Mach mal. Ganz sicher nicht. Tu mir mal einen Gefallen, sterb mal. Ganz schnell. Dann kann ich wenigstens noch was reißen. Gut, ich habe fünf Eisen. Ich spare das Eisen auf jeden Fall. Ich brauche noch was zu essen. So, guten Tag. Ähm. So, ich bleibe jetzt hier stehen. Sortieren wir immer ein Inventar. Ähm, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das packen wir runter. Hier haben wir noch was zu essen. Uh, nice. Ich habe noch keinen Bogen. Das ist natürlich scheiße. Okay, das ist das Ding. Okay. Es sind noch genug drin. Das heißt, du könntest noch verrecken. Oh, ich wurde mit dir getauscht. Nein, wolltest du nicht mit mir. Ah, ne. Achso, ich habe mal V gelesen. Sorry. Wurde mit Fieb getauscht. So. Jetzt habe ich eh ein neues Item in die Hotbar getan, Orduno. Musste ich ja eh nicht eben bewegen. Genauso wie jetzt. Äh, so. Jetzt gehe ich auf Spielerjagd. Ja, mach das mal. Sollte ich den Brustpanzer auch vielleicht anziehen. So. Geh mal auf Jagd. Wenn du schon dabei bist, dann sterb am besten auch gleich. Bitte, bitte, bitte. Ich bettel auch. Komm, ich mache Männchen. Scheiße. Ich brauche Eisen. Ich brauche Eisen. Äh, komm weg. Komm weg, komm weg. Brauche ich nicht. Schafe. Mann, Bierflasche, geh aus dem Weg. Malzbierflasche, natürlich. Malzbier. Jetzt. Von eurem... Hey. Was macht der da? Will der trinken oder was? Sieht wohl so aus. Oder der ist high oder so. Ach, ich habe eine Bierbrust. Du bist noch nicht tot, zufällig, oder? Nö, ich kämpfe gerade gegen einen. Oh, scheiß Amboss, Mann. Einen kriege ich, glaube ich, nicht mehr. Dafür habe ich zu viel Eisen rausgehauen. Ja, was ist los mit dem Boy? Der Boy ist am Seintun. Der muss high sein. Der muss high sein. Ja, ich blick das schon durch, was der ist, ne? Dann komm mal an ein anderes Land. Ach, komm. Soll ich jetzt hier den ganzen See auswringen, oder was? Dass der kein Wasser mehr hat, oder was? Ist doch kacke. Ja, ist doch scheiße. Komm mal nicht hoch. Ähm, komm, ich mache mir noch einen Goldapfel. Weil ich's kann. Geil. Mach dir mal einen Goldapfel, mach mal. Okay. Okay, da gibt's gerade fetten Fight. Geil, misch dich ein. Okay. Hab mich eingemischt. Und du lebst noch. Ja, ja. Ich hab jetzt fünf Eisen, warte mal. Ich brauche drei Eisenblöcke. Okay, der portet sich einfach weg. Hä, was ist mit dem Typen los? 27 und 4. Okay, ich glaube, das ist auch ein High oder so. Ja, das ist ein High. Partikel sind High-Partikel. 27 und 4. Oh, man. Oh. Da muss ich kurz weglaufen, bevor ich mein Inventar hier umsortiere. Ich hoffe, das ist okay. Aber warte, ich verwende nicht, solange ich nicht mein Inventar umsortiert habe. Sonst wäre das ziemlich unfair. Nicht mal den Kompass verwende ich. Oder das Steak. So. So. Ich hab jetzt mal schon mal das Level auf jeden Fall, was ich brauche. Irgendwie so oder so. Keine Ahnung. Oh. Das Level hab ich schon mal. Ja. So. Ich brauch nur das Eisen. Ich brauch nur das Eisen. 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 Ich hab fünf. Okay. Ich brauch ein bisschen mehr. So. Ich brauche 31. Sollte mich das eigentlich irgendwie verwirren, dass ich meine Leiste irgendwie umändern muss. Oh oh. What the fuck? Ich bin weg. Ich bin weg. Oh man. Da wurde ich wieder getauscht. Hey Pain, du bist ja hier in der Nähe. Ja. GG. Meine, was ist denn das für eine Runde hier? Die ist ja voll kaka. Ich find einfach kein Eisen mehr. Oh, der Arme. Mies, Steve. Ich brauche mehr Kiften. So. Lauf ich jetzt auf den Steve einfach die ganze Zeit zu. Oh, ich wurde getauscht. Yes. Den kill ich den jetzt mit der Todescombo. Der hat zwar Full Dia, aber ist mir egal. Oh, hier ist eigentlich fast tot. Und ich könnte ihn killen, aber... Es geht nicht. Ich darf nicht. Das ist auch scheiße. Da, komm. Hm. Na, das ist ein Huhn da unten. Wo ist der denn? Da. Mann. Oh, wollte ich ja nicht verwenden. Ah, ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob das gepasst hat. Nee, hat nicht gepasst. Aber ich bin genauso verwirrt. Als wenn ich es getan hätte. Oh, oh. Okay. Feiße. Lauf, Steven. Lieb ist 21 blockiert hinter mir. Ich muss getauscht werden. Oh, Gott sei Dank. Ich wurde getauscht. Lalu, lala. Fick dich. Komm. Immer noch nicht gemütweisen. Oh, das kann ich nicht angehen. Komm jetzt her. Aber ich kann mal schnell das Speer verzaubern. So, der hat eventuell wenig leben. Den will ich auf jeden Fall vorher holen. Hä, wird getauscht? Okay. Okay, ich wurde getauscht. Oh, die scheiß Feuerwehr geht mir hier auf. Die fährt heute zum vierten Mal raus. Immer diese blöde Feuerwehr. Ja, ist ja schön und gut, was die da machen, ne? Aber ey, so laut. Ich hab einfach... Warte, ich sortier einfach mal ein Inventar durch. Weil das brauche ich auch so ein heftiges Umwetter heute. Ja. Alter, jetzt übertreib mal. Na, warte. Das würde ich gerne weg haben, weil ich hätte gerne den Lava-Eimer. Dankeschön. Das Geile ist ja auch, dass das Feuerwehrhaus hier direkt in den drin ist. Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch neun. Neun Eisen. Ja, er geht ins Wasser. Neun Eisen. Dann könnte ich versuchen, dir das Scheiß-Item zu werfen. So. Jetzt sortier ich eh einfach mal mein Inventar um. Weil ich mich mal ein bisschen sortieren muss. Bogen tue ich da hin. Da tue ich das. Vergiftungstrank da hin. Lava-Eimer da hin. Das da hin. So. Darfst eh noch keinen angreifen, ne? Ich weiß. Wo ist das Problem? Ist das nicht ein bisschen problematisch? Ne, ne. Passt schon. Okay. Wenn Steve das sagt, ne? Ich muss einfach nur wegrennen, solange wie es geht. Bis ich sterbe, ne? Ja. Oder du genug Zeugs hast. Oder ich genug Eisen habe. Mir fehlen noch neun Eisen. Vielleicht habe ich Glück und Fint jetzt mal fünf und vier. Dann dürfte das passen. Fünf und vier. Schade. Immer noch nicht. So. Eins. Hallo. Ich brauche mehr Eisen als eins. Alles klar. Dann mache ich das mal eben hier. Wupp. 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 So. So. So ist es schön. Das ist eine echt lange erste Runde, ne? Ja, eine verdammt lange. Ich wusste gar nicht, dass eine Runde so lang sein kann. Echt nicht? Nö. Also. Achso, ich habe keine Runde mehr. Es sind schon 15 Minuten, ne? Okay. Ja, dann wird es halt eine etwas längere Episode eventuell. Müssen wir mal gucken. Ja, ja. Ich werde auf jeden Fall wieder ein bisschen schneiden. Äh. Nö. Ich lasse die Leute meinen ja immer. Sie freuen sich darüber. Wenn es längere Episoden gibt. Ja, aber ich schneide immer in letzter Zeit ja durch dieser ganzen langweiligen Kram raus. Hier ist nichts langweilig. Nö, nö. Ist nicht. Oh, der Typ. Der Typ hat gute Stuff. Er will ein Bogenduell. Willst du dich echt mit dem Bogenbaron anlegen? Warum hast du Angst vor mir, Steve? Weil das... Hä? Wurdest du gerade geportet? Nee, ich, äh... Da war jemand anderes gerade. Nein. Deswegen bin ich abgehauen. Doch, 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 doch. Da war einer vorhin. Echt? Ja, du bist gerade eben erst getauscht. Okay. So, dann gehe ich mal zum nächsten besten Spieler. Das ist mir, Steve. Au. Au. Mann. Ah, okay. Da ist der nächste Spieler, den ich killen möchte. Bedingungsweise. Komm her. Nicht getroffen. Schade. Äh. Alter, der ist 30 Blöcke hinter mir. Oh, der hat jetzt Full Deer. Ja, der hat mal diese Diamanten von oben aufgehoben. Ich gebe mir mal die Todes-Kombo. Mann! Den wollte ich haben. Oh, Alter. So, dann tue ich da direkt den Lava einmal hin. Oh, das wäre mein Tod gewesen. So. Äh. Da ist nichts drin. Die Enderperlen hätte ich gerne. Und die Milch. Weil ich trinke gerne Milch. Nein, weil ich... Wenn ich vergiftet werde, habe ich schnell... ...wand Milch, womit ich das wegmachen kann. So. Nein, ich wurde getauscht. Mein Amboss, Alter. Ich habe gerade einen Amboss gehabt. Der ist weg. Ich sehe ihn. Nein. Böser Dude. Oh, mein Gott. Der hat sein Schwert weggeworfen. Ja! Oh, mein Gott. Ja, ich mache gleich Dings. Weg mir nicht. Oh, ich brauche den scheiß Amboss wieder, Alter. Oh, mein Gott. Habe ich ein Loot-Glück, ey. Na, warte. Hier werde ich das Essen hin. So. Oh, Mann, ey. Mein schöner Amboss. Der steht da aber noch. Ja, aber ich... Das Problem ist, ich... Ich muss da mit jemandem getauscht werden. Und, äh... Ich weiß nicht, wo der war. Ich kann dir noch einen machen. Das Problem ist, dass wir gleich im Finale antreten werden. Höchstwahrscheinlich. Weil wir sind nur noch zu dritt. Und der letzte ist hinter mir. Ja, ne? Scheiße gelaufen. Amboss weg. Mann, komm! Aber warte, ich glaube, ich muss mein Inventar nochmal... So, damit alle zufrieden sind. Ich habe 51 Gold, Alter. Oh! Das bist du, ne? Ja, ja, das bin ich. Hi. Hi. Ich crafte mal eben direkt neben dir. Brauchst du noch Gold? Äh, nö, nö. Schade. So viel davon. Schnelligkeitstrang. Guck mal. Warte ich nicht. Guck mal. Geil. Was ist denn Amboss? Ich nicht. Ich habe nicht genug Eisen. Ich habe drei Eisen. Scheiße. Ich muss Eisensuchen gehen. Ja, wenn du vielleicht kriegst du meinen Loot eventuell. Aber nur eventuell. Ah, ne. Wenn ich sterbe sowieso. Da hinten ist der andere. Der ist Delfin oder so, glaube ich. Der ist High. Der hält sich nur im Wasser auf. So, das brauche ich noch nicht. Der hält sich nur im Wasser... Oh. Ich wurde gerade mit dir getauscht. Achso, ich muss erst Inventar umsortieren. Ja, komm. Nervig. Habe ich Schneewelle? Nein. Komm, du doch. Er schreit, renn nicht weg, ne? Aber er war der Typ. Renn nicht weg. Bleib stehen. Hä? Ich renne doch gar nicht. Bleib stehen, Mann. Schneller, bleib stehen. Ah. Überlebt er, glaube ich, trotzdem nicht als High, oder? Keine Ahnung. Ich habe immer noch keinen Amboss. Kill ihn. Kill ihn. Nee, darf ich nicht. Da. Ah, scheiße, stimmt. Kannst du knicken. Wie soll ich das denn machen? Achso, ich muss erst Dings. High. Achso, das bist du. Loll. Ach ja. Hier ist immer noch kein Eisen drin. Ach, scheiße. Am Land hat er ja keine Chance. Jetzt läuft uns Wasser und regeneriert. Doch nicht. Jetzt läuft uns Wasser und regeneriert. Ja, ne? Ganz ehrlich, ne? Ich gucke da mal aus sicherer Entfernung zu. Ha. Ah, das schaffe ich nicht. Gibst du? Was? Du stirbst doch nicht. Nein, 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 nein. Als ob ich sterbe. Hä? Der ist da im Wasser und sagt, renne ich weg. Ich stehe übrigens hinter ihm. Mann, ey, geh doch Eisen farmen. Oh, oh, da war gerade ein Tonaussetzer. Da habe ich gerade Angst gekriegt. Ja, ich gehe Eisen farmen, ja. Ich habe nur noch zwei Enderpaaren. Das heißt, ich komme gar nicht auf die andere Seite. Die behalte ich aber zum Wegrennen. Da wäre noch was, wo ich... Ah, scheiße, ein Goldapfel. Das braucht man ja wirklich nicht. Da habe ich schon vier Stück von. Der ist niemals Barbar. Nie im Leben. Nee, nee, der ist ins Wasser gegangen. Das ist kein Barbar. Kein Barbar geht freiwillig ins Wasser, weil er weiß, dass er verlieren wird. Ja. Eine goldene Regel. Ja, ich laufe dann jetzt mal weg und suche mal Eisen. Ich hoffe mal, ich finde was. Geil, die Tour haut ab. Hinter mir kommt eine neue. Ja, fick dich, da laufe ich jetzt bestimmt nicht wieder hin. Jihihi. Eisen. Fünf. Komm, ich nehme die Tour. Ah, er hat mich gekillt. Ja, ja, aber hi, ganz ehrlich. Geil. Geil, dann kämpfe ich ja am Land gegen ihn. Das sind mir immer die richtigen, ne? Ich brauche nicht mehr sammeln. GG. Boah, ist das umständlich. Wenn man, weißt du, wenn man denkt, man... Ah, das mit dem Hotkey war problematisch. Wenn man denkt, man hat noch Zeit, ähm, weißt du, eben schnell aufstellen und schnell verzaubern. Ich dachte halt, also schnell den Namen benennen, ne? Ich dachte, ich habe noch so viel Zeit, Alter, und dann wurde ich geportet. Hm. Ah, wo ist er denn? Wer hat dein Loot erstmal hier liegen lassen? Das finde ich natürlich nett. Ha, da ist der Ambross drin und mein Bogen und meine Deerrüstung. Den Ambross brauche ich nicht mehr. Go Steve, go Steve, go Steve. Boah, die Folge wird zu lang, ne? Wir müssen noch eine zweite Runde machen. Ja. Krank. Kein Mäusbier mehr. Verdammt, da muss ich mir gleich wieder was aus dem Kasten holen. Ja, der wartet, der wartet jetzt unten. Ich warte einfach hier oben. Er muss ja hochkommen. Er kommt gerade. Da, hinter dir. Lass ihn kommen. Der kommt richtig. Ja. Kill ihn doch mit dem Schwert. Was machst du denn auch? Oh, da geht er ins Wasser. Oh, ich bin ein Hai. Ich habe mein Schwert übrigens gerade weggeworfen. Was machst du denn? Ja, guck mal, der geht ins Wasser. Ultimativ. Achtung, hinter dir ist Lava. Ja, ja. Ich habe übrigens gerade richtig kassiert. Ja, der Hai halt, ne? Ja, was macht der? Oh, ich... Brenne. Was? Achso, lol. So. Ich habe hier auf jeden Fall einen Giftdrank reingehauen. Ja, ja. Aber der hat Regeneration im Wasser. Ja. Das verliere ich. Ja. Scheiße, er hat hier ins Wasser geflüchtet, Alter. Da fliegt der Mies-Sieb erstmal runter. Puh, ich renne einfach in der Lava, er muss herkommen. Der will ja nie die Lava locken, aber der ist low ground. Der stirbt. GG. Oh mein Gott. Ja, Mann. GG. Digga, GG. Boah, ich gönne das richtig, Junge. Ich gönne das so richtig, Steve. Ja. Gegen den Typen. Boots, Alter. Gegen einen, der sagt erst mal bar, obwohl er high ist, Alter. Da. Und dann im Wasser campen, ey. Dammit. Ja, gut. Wir machen mal einen Cut. Ich denke mal, bei mir wird es ein bisschen geschnittener sein. Weil, ich glaube, das wird sonst über eine halbe Stunde und das wollt ihr euch nie antun. Ja, ne? Guckt am Penfo. Ach ja, scheiße, wir machen ja noch einen Cut. Ja, bis gleich. Bis gleich. Der kommt zurück. Ich hab mir jetzt auch mal einfach das High-Kit gegönnt, ne? Weil, wenn mich einer mit einem High-Kit so richtig verarschen möchte, dann darf ich das auch mit anderen Leuten. Ach, High-Kit hat keine Chance. Das war genauso wie Känguru. Dann durfte ich das dann auch mal. Dann durfte ich auch mal ein Arschloch sein. Das stimmt. Aber das High-Kit hat keine Chance. Ihr seht ja, ne? Der Meister, der High-Jäger bin ich mit meinem Zielsucherkit. Ja, ich bin Zielsacher. Ich hab dicke Eier. Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber danke, dass du das für mich getan hast. Ich wollte nicht als, als, ja, ne? Egoistisch und so dastehen und als Poser. Abgehoben. Abgehoben. Aber danke, dass du gesagt hast, dass ich dicke Eier habe. Woher weißt du das eigentlich? Oh, scheiße. Ich bin dein Therapeut, ne? Ach ja, ja, stimmt. Als ich dich gerannt habe, dann hab ich gesehen, du hast halt so einen richtigen fetten Tumor in deinen Hoden. Ja, dadurch sind die Eier dick. Das Niveau ist mal wieder am Tiefpunkt angelangt, so wie immer. Ach du. Wen juckt's, ganz ehrlich? Nein, mein Baum. Geh weg. Es ist bei dir auch wieder einer vorm Baum einstehen und kämmt jetzt so nach dem Motto. Ja, steht da. Dann denkt sich, ja geil, ich klau das auch. Und das Geile ist, er schafft das auch noch, weil das Sonic-Hit ist. GG. Oh, ich werd verfolgt, Alter. Sonic, übelst geklaut. Übelst geklaut. Was ist da los? Ich sterbe gleich, da ist einer hinter mir. Auch bei mir ist einer hinter mir. Ja, ich werd gefokust. Ja, immer diese Fokuser, ne? Angeblich. Dabei bist du eigentlich nur einfach ein Kack-Noob. So. Ich muss dran denken, ich hab ja ne Challenge. Ja, ich auch. Ich muss erstmal Eisen finden und hinter mir ist direkt einer. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Das ist ein Pferd, der hat ein Pferd, Alter. Dritter. Please no kill. Ich möchte getauscht werden. Jetzt. Alter, der gibt mir die Ping-Kombo. So, erst Stuff sammeln und dann alles umsortieren, bitte. Ich hab ihn nicht gekillt. Ich hab ihn nicht gekillt. Er hat mich fast gekillt. Er ist in Lava gefallen, da kann ich nix für. Er ist wirklich in der Lava gesprungen. Naja, das sind immer die richtigen. Aus Versehen, aus Versehen hab ich ihm gerade so ein richtiger Cocksteller verpasst. Oh mein Gott. Ja. Ganz ehrlich, das war aus Versehen mit meinen dicken Monsterhonen. Da hab ich ihn aus Versehen voll mitgegeben. Alter Junge. Du treibst halt hier. Hallo, man muss ja auch mal prahlen damit, was man so hat, ne? Also. Alter, das ist so schäbig. Oh, hinter mir ist Eiger. Scheiße, ich hab's nicht geschafft. Oh nein, bitte komm nicht zu mir. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Einfach mal umgesalzen. Oh Mann, Alter. Er heißt einfach umgesalzen. Oh, ich hab mich gerade voll erschrocken, Alter, weil ich dachte, der ist direkt hinter mir. Ich bin kein Sonic. Ich dachte, go Sonic. Geschwindigkeit aufbauen. Dabei bin ich gar kein Sonic. Hä, warum bin ich so langsam? Ist man... Nein! Was ist... Oh Mann. Das Ritterkit hat mich gekillt. Egal, ich kann die Freundschaftseinnahmung jetzt wenigstens annehmen. Scheiß, Alter. Ey, ich darf jetzt hier nichts machen, ne? Voll unfair. Ich muss erstmal das machen. Oh Mann. Dann hat mich so scheiß Ritterkit gekillt. Ah, ist doch kacke. Aber als Highkit hast du voll den Vorteil, hinter dir ist ein Bogen. Oh nein, er macht richtig Damage. Das Geile ist, das macht dir eh nichts aus, weil du gegenregenerierst. Ja, ich hab halt Resistenz, aber so richtig macht er mir keinen Damage. Ich krieg halt ultimativ viele Pfeile dadurch, ne? Kriegst du nicht Regeneration auch? Regeneration und Resistenz. Killen kann er mich trotzdem damit. So, dann kann ich mich damit immer schnell ins Wasser retten. Ich muss gleich mal um... ...inventar umsortieren. Ich hab gerade bemerkt, dass Masterion uns auch schon wieder nachgejoint ist. Ja, meine Güte. Haben wir zwei gesagt, bitte unterlassen, ne? Aber die Leute schauen einfach auf den Namen und gucken, in welcher Leute wieder die Leute sind. Naja gut, das ist halt, ja... Immer eine erste Erziehungsschelle. Also es gibt halt auch Leute, bei etwas größeren YouTuber, die, weißt du, die halt keine Leute auf der Freude ist, die joinen trotzdem in jede Lobby und hoffen, dass die da sind. Und das permanent. Die zocken gar nicht mehr ohne, die gehen nur noch in die Räume rein. Und gucken, ist da irgendein Premium drin. Irgendeiner, der vielleicht der YouTuber sein könnte. Und das ist einfach mal fuck Logik, ne? Oder die gucken zum Beispiel bei Streams rein und dann joinen die halt einfach nach. Es war 30 Sekunden Delay, aber passt ja. 60 Sekunden Lobby ist er meistens. Oh nein, please, no kill. Er kommt einfach näher, oder? Kommt er näher? Ich weiß es nicht. Nö, er ist stehen geblieben. Okay, warte. Wenn er dich nicht killt, ne? Dann scheißen wir ihn gleich zusammen. In der Aufnahme, bitte. Okay, er greift dich zumindest an. Das heißt, er will... Oh. Ha, der wurde getauscht. Glück gehabt. Wen haben wir denn hier noch so? Dann meine ich das noch und das noch und das noch und das noch. Ähm... Ach komm, so. So. Ach ja. Das mit den Hotkeen ist ein bisschen problematisch dann. So einfach geht man das da nicht hin. Das stimmt wohl. Vor allem, ja, wegen der Tastenbelegung, ne? Das ist dann ein bisschen schwieriger. Ich hab halt meinen Plan, wie ich wo was hinmache, ne? Mhm. Kenn ich. Und wenn man dann da was anderes liegen hat, wundert man sich auf einmal. Oh. Aber es war halt die erste Challenge, die rausgestochen ist. Die hab ich jetzt einfach genommen, weil... Komm, komm, komm. Normalerweise guck ich immer ein paar Tage vorher. Dass ich dann schon mal ein paar Challenge habe und die schon mal angetestet hab. Tödlich. Tödlich. Tödlich für ihn. Ja, ins Wasser zu gehen ist dumm. Obwohl, vielleicht ist er auch high, ne? Das könnte halt dann... Hey, wie kam der grad so nah? Keine Ahnung. Das macht null Damage, Freund. Okay. High ist er nicht, aber er hat sich noch gedreht. War ne gute Show-Einlage. Hinter dir ist der Loot. Ich weiß. Ich muss sich beeilen. Ich musste erstmal Dings umdrehen. Äh, Inventar umsortieren da. Du weißt, was ich will. Ja, chill mal deine Basis. Ich sag da nur, du wirst gleich getauscht. Ist schon wieder soweit. Hast vielleicht noch 10 Sekunden oder so. Ja, ich bin eh fertig. Also wenn das stimmt mit der 30 Sekunden-Regel, ne? Dass man alle 30 Sekunden getauscht wird. Oder alle 37 Sekunden. Und wechseln meine Workbenches. Hat genau hingepasst, ey. Genau hingepasst? Ja. Der Typ hat genau hingepasst in die Pfütze. Äh, so. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Cool. Nice, danke. Mmh. Die Tour kam direkt vor dir. Ja. So, Inventar. Aus dem Nichts. Sortieren. Ah, komm. Tun wir mal das Essen hier lieber drauf. Wir haben eigentlich ziemlich gute Stuff. Wie viele leben noch? Oh, es leben nicht mehr viele. Äh, mit dir. Geil, Tonaussetzer. Ich hör's. Was ist denn los mit dir? Weiß ich gar nicht, ob meine Soundkarte ist im Arsch. Muss ich mal gucken. Aber nicht heute. Oh. Oh, du gehst ins Wasser. Er steht auch im Wasser. Bogenduell mit jemandem, mit einem Hai ist schwierig. Oh. Oh. Hey, war das nicht voll dumm? War egal. Jetzt ist er im Wasser. Das ist natürlich genauso dumm von ihm. Ne, ne. Ich hab richtig wenig Leben. Oh, du kannst ihn mit dem Bogen weiter abschießen. Oh. Ja, ja. Er haut ab. Ja. So, das hol ich mir als allererstes. Und das nehm ich mir noch mit. Yay. Mmh. Oh. 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 Dead Range, Junge. Jetzt ist er im Wasser. Jetzt hat er verloren. Ja. Finale. Doch nicht. Hä? Doch, Finale, klar. Zweifel beim Spielern noch. Du musst gegen Oh Hey. Oh Hey. Hey. Oh Hey to you. Okay. Du bist getauscht mit ihm? Okay. Ja, ja. So. Ich will ja nicht sagen, ne. Aber der hat, äh. Ja. Gutes Stuff. Ja, ja. Ja, ich seh's ja jetzt gleich. Also, der Helm ist das einzige, was noch nicht so passt, aber. Er hat fast Full Deer, ne. Er hat Full Deer, bis auf Eisen. Äh, bis auf Helm. Ja, okay. Aber das sind ja eh nicht viele Schutzpunkte, die du dann dazu kriegst. Mmh. Obwohl, der ist, glaube ich, der Helm ist, glaube ich, verzaubert. Also, von daher gibt sich das, glaube ich, nicht viel. Oh. Ich gebe ihm die Combo. Geil. Er lässt sich auf den Bogenbattle ein. Warte. Boah, hätte er eins getroffen, ne. Das wäre zu geil gewesen. Hätte er ein bisschen tiefer halten müssen. Du hast hochgezielt dafür. Ich weiß, wenn ich, wie viele Pfeile der hat, ne. Genug. Ich glaube, der hat Infinity-Bogen. Als ob das ein Ungeheuer ist. Das könnte ein Ungeheuer sein. Er geht nur auf Bogenkampf. Guck, er geht nur auf Bogenkampf. Sonst würde er aber mehr Damage machen mit dem Bogen. Obwohl, er hat jetzt einen Goldapfel. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ich habe keine Pfeile mehr. Bei ihm könnte es halt sein, dass er den empfindlich den Bogen hat. Ne, er hat einen verzauberten Bogen. Geht nicht auf Nahkampf. Bam. Er geht nicht auf Nahkampf. Er ist Ungeheuer. Er geht nur auf Fernkampf. Dein Helm ist übrigens gerade kaputt gegangen. Echt? Cool. Ja. Guck, er ist Ungeheuer. GG. Woooo. GG. Du hast gegen Ungeheuer gewonnen. Passt. Super. Wow. Jetzt kann ich die Abmoderation machen. Das ist super. Jetzt geht es. Also, ne, ich habe beim Pam vorbei. Was war denn noch alles? Challenges. Vernünftige, gute. Genau. Es gibt noch drei Challenge-Time-Folgen auf jeden Fall. Müssen eine Bestrafungsfolge und eine ultimative Folge machen mal. Ja, ich würde, also drei Schellenstein-Folgen und dann machen wir ein Special oder so. Ja, ja. Bestrafung und Ultimative mit reinkommen oder sowas. Ja, ja, mal gucken. So, und dann, ja, das Übliche, ne. Liken, kombinieren, äh, kombinieren. Kommentieren, ähm, 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 abonnieren, äh, favorisieren. Geile C4, ey. Genau, genau. Ich bin Abo geil. Ich stehe drauf. Umso mehr ich abonnieren, umso heißer werde ich. Okay. Das läuft so bei mir. Andere werden heißer, wenn sie mehr Views kriegen, ich werde es mehr mehr Abos werden. Ja, scheiße auf die Views. Gut. Ja, ja, genau. Dann werden wir uns ganz gut sehen. Ja, wie immer. Und, äh, ja, haut rein, ne. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschau. Tschau.